Meghan Markle habe möglicherweise einen Plan, Prinz Harry von seinen Freunden und seiner Familie zu isolieren, behauptete ein königlicher Experte, da der Herzog eine Rückkehr nach Großbritannien anstrebt. Meghan Markle hat den einsamen Prinz Harry isoliert und ihn von ihr abhängig gemacht. Während er darüber nachdenkt, nach Großbritannien zurückzukehren, behauptete ein königlicher Experte. Sie fügten hinzu, dass dies durchaus der Plan der Herzogin von Sussex sein könnte, ihn sowohl von seinen Freunden als auch von seiner Familie zu isolieren, der Royal-Experte Phil Dumpier sagte, ihm sei aus guter Quelle gesagt worden, dass Harry ziemlich einsam sei. Er sagte auf GB News, mir wurde aus zuverlässiger Quelle gesagt, dass er ziemlich einsam ist. Er ist in Kalifornien ziemlich isoliert. Vielleicht ist das Teil von Meghans Plan, ihn sowohl von seinen Freunden als auch von seiner Familie zu isolieren. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass er eine Gruppe von Kumpels hat, mit denen er ausgehen und ein paar Biere trinken, abschalten und über Dinge reden kann, mit denen er Kumpels macht, die wir alle gerne in der Kneipe machen. Er ist in seinem sozialen Leben völlig von ihr abhängig geworden und wenn wir ihn und Dinge wie das Beyoncé-Konzert, Basketball-Spiele und Dinge wie die Formel 1 sehen, bei der er dabei war. Dumpier bemerkte, dass Harry nie mit einer Gruppe von Freunden zusammen zu sein scheint, aber er ist immer in der Nähe von Unternehmens-Typen, Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, was, seinen Tribut von ihm, gefordert hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017